Herzlich Willkommen von einem weiteren Video des Bildsterbergs. Ne, ist falsch. Herzlich Willkommen am Bildsterberg für ein weiteres Video. So, jetzt haben wir es. Wir haben Sascha im Quadrat. Hier Sascha und Sascha, SM-Exklusiv. Heute BMW E46. Sieht fast so aus wie meiner. Fast verwechselt. Mal gucken, ob es jetzt hier wieder Shitstorm für die Felgen gibt. Ich finde sie immer noch geil. Das sind ja sogar die echten, ich sage jetzt mal die echten E88 mit dem tieferen Stern. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich es umbaue. Da wird natürlich das Außenbett schmaler. Und da finde ich es gerade geil mit diesen flacheren Sternen. Aber egal, da kommen wir später zu. Erstmal ganz kurz. Sagt mal, was zu dem Auto. E46 M3. Sieht aber nicht mehr aus wie ein M3 eigentlich. Noch ein bisschen, ne? Ist schon noch ein bisschen nah dran. Nah dran, ja. Hat komplett leicht gemacht. Alles, was es gibt. Und Carbon dran. Carbon Türen, Carbon Portflügel, Carbon Haube, Carbon Dach, Carbon Heckflügel, Carbon Kofferraumdeckel, alles Makrolonen, was geht. Eigentlich alles. Ja, einmal alles. Kurz vorweg. Eigentlich wollten wir das Ding am Wörthersee schon vorstellen. Hat sich natürlich alles wieder nicht geklappt. Beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass das Auto in eurem Besitz mittlerweile ist. Weil gebaut und gehört hat das Autogespräch ja jemand anders. Richtig. Wie lange habt ihr den denn schon? Ein dreiviertel Jahr. Ein dreiviertel Jahr ungefähr. Das war ja ein Gemeinschaftsprojekt quasi von, hör mal weg, mehr. Quasi Custom Racetag von uns und halt von Fabian. Also wir haben quasi die Teile geliefert. Custom Racetag hat sich viel quasi um den Umbau gekümmert. Wir haben das mit betreut und das war eigentlich so ein großes, sag ich mal, Gemeinschaftsding. Das heißt, das Auto war schon vorher bei euch in der Firma öfter. Also ihr kannte das Auto schon und habt dann gleich übernommen. Bei Holy Hol war es ja auch gewesen, war er zum Lackieren. Da haben die ihn hingebracht, weil das ja auch nicht von uns. Das sind 20 Minuten von uns. Ja, 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 genau. Okay, aber war ursprünglich mal in drei. Ja, genau. Original Farbe. Genau, US, weil die Farbe gab es ja nur für US oder für den US-Markt. Also quasi ein Import. Also nicht für Deutschland ursprünglich. Ist das Laguna Sica? Genau, ja. Da wusste ich gar nicht, dass es das gar nicht so gab. Das hast du, glaub ich, auch eine Auswahl, oder? Genau. So, jetzt ist hier heute ein bisschen wärmer. Uh, ein bisschen lauter. Ich glaube, wir haben auch immer den wärmsten Tag im Jahr ausgesucht hier. Klingt wie schon. Aber wir wollen euch trotzdem das Auto mal ein bisschen vorstellen. Wir fangen mal mit den gröbsten Sachen an. Also wir hatten schon geklärt. Carbon, 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 alles Carbon. Original geht der? Oder so Carbonius-Teile? Carbonius, okay. Entspricht aber dem Original-GT-R-Teil. Ja, genau. So, ganz wichtig ist auch, die Dani, die Chefin, die hat mir vorher schon gesagt, das ist ein Fahrauto bei euch. Richtig. Also der ist wirklich nicht zum Stehen da, sondern das Ding soll gefahren werden. Ja. So. Wie viele Trackdays habt ihr schon gemacht? Also wie ihr Fahrrad schon meintet? Pff, wenn wir jetzt Karrier mitnehmen, das dritte Mal dann, ne? Mehr oder weniger. Genau. Wünsterbäck das zweite Mal heute. Und sonst komplett für uns eigentlich tatsächlich erstmal so Neuland. Wir sind eigentlich so mehr ursprünglich die ganzen Optik-Jungs gewesen und haben uns jetzt, sag ich mal, ein bisschen erweitert und ein bisschen in den Track-Bereich rein und sind eigentlich sehr zufrieden. Muss ich sagen. Das Witzige ist, ich bin mit meinem ja wirklich noch, weiß ich nicht, gefühlt vielleicht 100 Kilometer gefahren. 50 Kilometer. Einmal am Wörtersee, ein bisschen hoch und runter. Bock schon. Alter, dieser Unterscheid ist ja krass. Deswegen wird es für mich umso cooler, gleich den zu fahren und da noch hier gleich auf der Rennstecke. Ja. Bin echt gespannt. Wir müssen noch so ein bisschen Technik durchgehen, weil die Bremse, die sechs Kolben AP-Bremse vorne. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Vier Kolben hinten. Wurde dieses Auto aber wirklich so richtig gebaut, um ihn so richtig so zu benutzen oder war das eine Mischung aus Optik und Alp? Oder hat der Kunde damals wirklich gesagt, ne? Track. Soll schnell werden. Genau. Soll funktionieren. Und halt auch keine Kompromisse. Also es ging eigentlich darum, schon so das Maximale rauszuholen. Ja. Also hier ist wirklich alles Matt-Differential. Die Achsen, alles gefräste Teile. Also musst du eigentlich komplett uniball, alles was du machen, muss man eigentlich doch ein Video von unten machen. Ja. Muss man eigentlich echt von unten gucken. Ja. Das heißt, wir reden hier bei so einem Auto aber auch locker von 120, 100, 150.000 Euro. Lassen wir mal so dahingestellt. Ja. Weil, das ist halt auch, weil das ist ja wirklich nur feinste Ware dran. Ja. Die Felgen, die Bremse, das ganze Carbon und so weiter. Das heißt, Differential ist auch ein kürzeres von der Übersetzung her? Ja. Auch kürzer. Und Sperre, Drexler, oder? Ja. Ich glaube ich, 40 Prozent. Ah, hier. Arme und Cardone, ganz wichtig. Allerdings, jetzt, wurde mir schon gesagt, ist tatsächlich nur eine Klimaanlage drin. Klimaanlage ist drin, das muss. Ja, also das, Carbon-Tür und Klimaanlage. Ja, deswegen sind die Carbon-Tür reinkommen, das müssen wir da drin. Um das wieder auszugleichen. Ja, ja, genau. So, und jetzt ist bei diesem Fahrzeug tatsächlich das krasse, der hat theoretisch, so wie hier steht, eine Straßenflöße. Ja, genau. Weil, das versuche ich schon den Zuschauern ganz lange immer beizubringen. Für ganz viele, die ein bisschen neuer in diesem Tuning sind, die denken wirklich gleich immer, du hast an deinem Auto was verändert, es muss illegal sein. Ja, genau. Ist ja auch total ganz groß, das Denken. Ja, dann bist du gleich, machst du ein bisschen rum. Oder Felgen hat kein Gutachten, da heißt, das wird auch niemals irgendwie einer eintragen. Ja, genau. So, und das war ja aber zu früher in Zeiten eigentlich auch geschont, wo das nicht alles immer gutachten hatte. Genau. Und es gab ja trotzdem noch ein paar Zufufe, die ja auch noch offiziell sich damit so beschäftigt. Richtig. Wobei da die Zeit anders war wahrscheinlich mit dem Anzweifeln, dass halt viele gesagt haben, okay, genau, das ist halt das. Aber grundsätzlich möglich ist schon einiges, wenn man es vernünftig angeht. Das muss man ja auch immer bedenken. Motor, ganz normal, 3,2er oder auch an dem irgendwas gemacht, irgendwie mit Nukenwellen oder irgendwelchen Spiegel. Wie diese Carbonius-Geschichte. Den Cent in Airbox, ja. Ja, genau. Aber alles mit TÜV, alles eingetragen. Fahrwerk, KW? KW, Competition, 2. Wie fährt das Auto hier noch? Richtig geil. Also gefährlich oder? Okay. Sehr, sehr, sehr gutmütig, aber natürlich auch, klar, ein bisschen zickig trotzdem noch. Also ich sag mal, bis zu einer gewissen Grenze und dann, aber es macht ja auch Spaß, wenn du ein bisschen mitgehst. Also gibt es schon auch Momente, wo auch immer so ein bisschen rumkommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hier auf jeden Fall. Du kannst es aber supergeil dosieren, also jetzt ein bisschen vom Gas oder so, kannst das so schön. Welche, wo ist das? Wahrscheinlich einmal über die Kuppel rüber, vor der Mausefalle? Mausefalle und tatsächlich hier oben hoch zu, diese S-Kombination in der einen drin, dann kannst du schon wirklich mit dem Heck fahren. Sauberes Maß, sauberes Maß. Ich fährst dann mit, dann kannst du ihm aber sagen, wo er Gas macht und so. Also alles in allem kann man sagen, schon all in. Also viel mehr, viel mehr kann man nicht mehr machen. Käfig geschraubt oder geschweißt? Geschraubt? Geschraubt. Aber mit Schnellverbindern, das man so rausnehmen kann, ne? Ja. Ja, geil. So. Du könntest dann theoretisch wieder auf Serie machen, das Auto. Wo man natürlich besonders viel Bock zahlt, wenn man einmal auf der Rennstecke mitgefahren hat. Das Auto liefert einfach nur ab. Und das ist echt geil. Also, wir steigen in den kleinen Porn ein. Unser Mini-Porn. Und in der Zeit bereiten wir die Wagen vor, weil ich bin wirklich gespannt, ob er leichter oder schwerer ist. Und das kann ich nicht machen. Könnte ich nicht machen. Jetzt geht's nicht. Das ist doch nichts Geileres, als mal wieder bei 34 Grad zu liegen. Also, meine Herrschaften. Ja. 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 Ehrlich gesagt nicht schwer. Das geht. So ein Sechszylinder. Aber was halt echt krass ist, jetzt natürlich nicht ablenken lassen, dass vorne rechts ein bisschen mehr ist. Das Ding steht ja natürlich komplett krumm und schief. Aber obwohl der so krumm und schief hier gerade steht, wie gleichmäßig es vorne zu hinten dann doch ist, ne? 54 zu 46 Prozent. Kannst du nicht sagen. Das ist ja schon gleichmäßig. Ja. So. Mega. Machen wir einmal nochmal an. Machen wir einmal hören. Weil ich ja mit der Auspuffanlage von Max so begeistert bin. Weil die so dumm ist. Echt normal. Das ist ja fast wie Serien, oder? Oh, der Lass ist ja schon laut, ne? Der macht halt so ein bisschen mehr das, was ich in der Auspuffanlage von Max so geil finde. Der macht auch mehr dieses Blecherne Sound, wie halt E46 M3 bekannt ist, ne? Genau. Wobei es unter Last eigentlich geht. Ist nicht so, finde ich, unter Last nicht so typisch. Ich finde es einfach verkabeln und es nicht. Los geht's. Also ich merke immer wieder, bei dem Wetter, Klimaanlage ist auf jeden Fall Gold wert. Okay. Meine erstes Mal E46 Rennstrecke. Nicht im eigenen Auto. Perfekt. Los geht's. Viel Spaß. Danke. Ja. Erstes Mal BMW. Machen wir mal Rennstrecke. Das wird gut. Das würde richtig Spaß machen. Wirklich. Das heißt, ihr seid noch gar nicht so richtig auf Zeit mit dem Ding gefahren, sondern bisher? Ja, schon. Eigentlich für uns. Ich sag mal dafür, dass wir etwas neu im Thema sind. Aber wir meinen das gleich ernst. Also für mich gibt's keinen Halbgas. Also ich will dann immer gleich alles wissen. Beim letzten Trackday konnten wir halt schon relativ viel lernen und funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Luftdruck passt und so alles? Passt, ja. Wir hatten jetzt Kaltdruck 1.8. Ich weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich erstmal ein bisschen... Ja, also Bremse fühlt sich auch in den ersten Meter auf jeden Fall schon mal griffig an. Bremse ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wirst du dann hier bei Startziel auch extrem merken, kannst du richtig, richtig spät reisen. Also funktioniert extrem gut. Und schwächt auf keinen Fall ab. Also da hast du immer voll Druck und immer echt voll da. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen schreien müssen, weil man merkt gleich auf den ersten Meter, hier ist natürlich alles ein bisschen lauter drin, ne? Denkrad ist auf jeden Fall witzig, weil das Gefühl recht klein ist. Finde ich. Ich finde es eigentlich perfekt. Du siehst, es ist ein bisschen ungewohnt, aber... Ja, Bremse ist ja wirklich. Also Bremse ist okay im Hammer. Ja, wenn du eine Hand anker wirst, ist das ja wirklich. Pass auf, dass es so laut ist, muss ich schon sagen. Also was heißt laufen bisher immer? Durchschon, fernlaufen, extrem sicher, ne? Ja. Also Bremse, ich lege wirklich meinen Fuß nur drauf, ne? Ich lege den Fuß nur drauf und so und das ist das Ding schon immer präsent. Ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon deutlich schneller an als es ist. Ja. Und es ist ein Auto, wo man halt einfach dieses, ich sag jetzt mal Vertrauen einfach haben muss. Also du musst einfach wirklich drauf halten und musst halt einfach das Auto fahren lassen. Genau. Und da ist es wirklich gerade auch für mich halt, wenn man immer so fremde Autos fährt, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich meine, ich sehe es halt für mich, ich meine im Endeffekt ist es für mich ja, klar ist es der Firma das Auto, aber halt auch nicht meins. Ist auch selbst ein bisschen schwierig, aber ich kopp ausmachen und halt alles rausholen. Ich sag mal, du musst halt Vertrauen. Ja, ja. Und dann ist es so bei so Autos wie so ein GT3, wo man dann einfach weiß, das ist alles so ab Werk und so weiter, ne? Da hat man natürlich schneller immer Vertrauen drin, als wenn man jetzt hier... Oh! Schön, wenn wir einschlagen, ne? Einschlagen ist brutal. Die denken alle, wenn du wirklich mal mit dem Auto normal fährst, dann denkst du es könnte. Wir haben mal hier mit dem Ding einkaufen gewesen und haben eingeparkt, die haben echt anders mitgeschaut. Wow. Wow, echt. Aber macht Spaß. Ja. Aber ich will noch mitfahren total in dem Auto. Ich meine, ich fahre am liebsten gerne, keine Frage, aber auch mitfahren ist auch schon gerne. So. Ja. Hier ist der Sonnenbrill auf hier. Wir hatten so ein bisschen Wassertemperaturprobleme. Ich denke mal, aber das liegt doch daran, wir mussten jetzt wegen Bonkurs durch die Klimaanlage alles was geht machen. Dementsprechend gar kein Wasserkreis auf innen mit plus. So, und dann wird das natürlich schon recht schnell warm, ne? Und ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Tag, als ich jetzt gerade das... Gefühle 100 Grad. Ja, wirklich. Und man merkt auch, wie der Asphalt immer wärmer wird, ne? Gerade auf der Strecke. So, und ja. Bremse übelst geil. Fahrwerk geil. Alles in Anführungsstrichen fährt das Ganze so gut, dass du gefühlt 100 PS zu wenig hast. Habe ich auch schon so. Während der Wart gesagt, könnte schon wieder 100 PS mehr vertragen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020